Wenn es uns vor 100 Jahren schon gegeben hätte, dann hätten wir Arnold Schönberg wohl als Komposer in Residenz bei uns gehabt. Sicher, sicher, ja. Und er hätte dann auch einen wunderbaren Workshop in Stilwett geleitet. Absolut, schön. Weil der Name Hermann Scherchen fiel. Er war ein großartiger Pädagoge, ein ganz wichtiger Lehrer und hat natürlich auch die zweite Wiener Schule unterrichtet für seine Schüler. Ganz wichtig. Er war ein ganz wichtiger Mann, Hermann Scherchen. Und natürlich Arnold Schönberg als Lehrer, unübertroffen. Also ein passionierter Lehrer, der eben, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, also auch die Schüler und Schülerinnen von Schönberg klingen ja so unterschiedlich. Und das ist ja die große Qualität eines Kompositionsprofessors oder einer Professorin, dass man eben diese Kreativität fördert und natürlich Hilfestellung gibt, aber dass man jedem seine eigene Ausdrucksmöglichkeiten lässt. Und seine eigene Individualität. Richtig, richtig. Ja, aber Schönberg wäre ein idealer Kompos in Residenz gewesen, keine Frage. Richtig, richtig. Ich brown each fiance. Danke. Yeah, danke.